Schon mal dran gedacht, Jura zu studieren? Nein? Solltest du aber. Denn ein Jurastudium kann viel mehr als nur lange dauern. Du kannst mit deinem erlernten Wissen wirklich etwas verändern. Glaubst du nicht? Na, dann pass mal auf. Es ist Sonntagnachmittag. Das Schleuderprogramm eurer WG-Waschmaschine läuft. Da dauert es natürlich nicht lange, bis der Nachbar von unten klingelt. Weil du aber gerade letzte Woche eine Vorlesung zum Mietrecht hattest, erinnerst du dich an das Urteil des Oberlandesgerichts Köln, wonach maschinelles Wäschewaschen auch am Sonntag erlaubt ist, solange sich die Geräusche im üblichen Rahmen halten. Aber weil dir der Hausfrieden am Herzen liegt, bietest du dem Nachbarn an, mal einen Blick auf seine überteuerte Nebenkostenabrechnung zu werfen. Deine Oma klagt bei der letzten Familienfeier über ihren neuen Handyvertrag. Schon 90 Euro hätten die Gauner abgebucht, obwohl sie den Vertrag doch erst letzte Woche bei einem netten Mann am Telefon abgeschlossen hatte und der ihr garantiert habe, dass es dann für sie viel billiger wird und sie sogar noch Internet dazu bekommt. Du weißt natürlich, wie Vertragsrecht funktioniert und erklärst Oma nach dem Nachtisch, dass Verträge, die du am Telefon abgeschlossen hast, bis zu 14 Tage nach dem Abschluss wieder kündigen kannst. Einfach so. Keine Sorge, Oma, ich klär das. Und weil du deinen Status als beste Enkelin der Welt direkt demonstrieren möchtest, ist die Sache erledigt, bevor Kaffee und Kuchen auf dem Tisch stehen. Dafür steckt Oma dir diesmal statt des Fünners einen Zehner zu. Oder Samstagabend vor dem Club. Lange Schlange, wählerischer Türsteher. Der Typ vor dir kommt nicht rein und brüllt zornig was von Klage wegen Diskriminierung. Dir ist als angehende Juristin aber völlig klar, dass hier natürlich das Hausrecht greift und der Club frei entscheiden kann, wer reinkommt und wer nicht. Situation geklärt, dein Date beeindruckt. Mach die Welt ein bisschen besser. Studiere Jura. Dass dich dein Jurastudium allerdings in die angesagten Clubs bringt, können wir nicht garantieren. Mehr Infos unter anwaltsblatt.de slash jura-studieren und das gilt mal ein bisschen finden. Die Welt. Wenn Sie nicht